Gehen wir rein, oder? Für alle, die heute Nacht nicht dabei waren, ich hab heute Nacht schon angefangen zu spielen, gibt's die Teile bei mir auf YouTube, Teil 1 und Teil 2. Und, ähm, ja, dann machen wir direkt da weiter, wo ich heute Nacht aufgehört hab. Ich bin in so eine Katakombe reingekommen und, ähm, das ist die Axt, äh, ich hab mir dieses Video angeguckt, mit welcher Waffe Jack Fromsoft in den DLC geht, die Warped Axt, äh, die hab ich tatsächlich nie gespielt, aber nach dem Video von Jack Fromsoft hab ich Bock gekriegt auf die, allerdings hab ich die jetzt noch nicht gelevelt, ähm, und deshalb bringt die mir jetzt gerade noch nichts, aber ich hab vor, auf jeden Fall, und ich hab die, ich hab die Asche gar nicht, die er benutzt hat, in diesem Playthrough, was mich ein bisschen erschreckt hat, dass mir das wirklich durch die Lappen gegangen ist, dass ich eine sehr gute Asche, Kriegsasche, nicht gefunden hab, in zwei Runs, also das ist ein bisschen doof, ich kann jetzt nur hier nicht aus dem Dungeon so einfach raus, deshalb müssen wir jetzt erstmal Vorlieb nehmen, mit der anderen Waffe, hier hab ich schon die neue Waffe, Fire Spark Perfume Bottle, eine von den vielen neuen, ähm, Waffenklassen, die ist natürlich jetzt auch noch nicht hochgelevelt, aber nur um mal zu zeigen, was die kann, das hier, wie ihr seht, oben am blauen Balken, nimmt keine FP, also das ist wie eine Waffe, das ist einfach wie schlagen mit einer Waffe, richtig geil, wird's aber eigentlich erst, wenn man die, ähm, ich müsste es eigentlich, logischerweise hier reinmachen, was, nein, ich bin so dumm, so, kann ich das mal zeigen, weil die, äh, das ist Two-Handed tatsächlich, man sieht's nicht wirklich, One-Handed, Two-Handed, und das ist jetzt Two-Handed R2, das ist schon krass, das kannst du so oft machen, wie du willst, dauert natürlich ein bisschen hier, aber, meine Herren, und das ist die One-Handed R2, ich seh gar nicht so einen krassen Unterschied, doppelte Explosion, glaub ich, aber das hat massiven Stagger-Damage, und wie gesagt, die ist auf Level 1, und ne Dex, ne Dex-Scaling, ähm, wenn ich mal hier auf meine Stats gehe, dann sehen wir, äh, wo sehen wir es denn, links, sehen wir, ich hab Dex gerade mal 22, und bin, und die ist wie gesagt nicht gelevelt, und bin trotzdem schon relativ angetan von der Waffe, also man möge sich mal ausmalen, wie diese Waffe dann reinhaut, wenn man, ähm, die hochgelevelt hat, und sogar auf Dex gescaled hat, die hat jetzt schon ein C-Scaling, könnte also ein S-Scaling sein, ähm, das muss man noch genaueren Untersuchungen Dingsen, ich kann nicht reden, ich bin zu, egal, wir machen weiter, wir sind hier gespawnt, ich bin ja gestorben gestern Nacht, und hab dann aufgehört, aber wir sind hier, äh, bei der lieben Marika wieder aufge, auferstanden, und ich bin jetzt also hier, komm, dann testen wir es doch auch, okay, okay, mach tatsächlich nicht so, der Mensch, lol, okay, wir beide einfach nur, ja, okay, als Main-Waffe funktioniert es noch nicht, tatsächlich, aber, ähm, ich muss noch weiter mit der rum experimentieren, ich find's auf jeden Fall geil, ich find, es ist jetzt schon eine geile Neuerung, ähm, aber es eignet sich zum Beispiel sehr gut, um geheime Türen zu finden, wenn man hier immer schön direkt zwei Wände befeuchten, okay, aber egal, Toll, geil runtergedroppt, aus der Luft hat er mich geflamed, what the fuck, noch einer, Forked Tongue Hatchet, neue Waffe, das kann man hier wahrscheinlich auch souveräner lösen, ohne zwei Flas zu verschwenden, aber wir gucken direkt mal, was wir hier gekriegt haben, Forked Tongue Hatchet, causes blood build up, peculiar weapon by Imps Hatchet, smithwell, shaber, imps Tongue, Dragonform Flame, raw, weiss ich jetzt nicht, vielleicht wenn man es am Gegner macht, dass das gut staggert, schießt erstmal nach rechts vorbei, oder was damit, Ist man mit Level 220 NG plus zu stark, fragt hier Benry, würde ich nicht sagen, nachdem ich gestern beim ersten Boss, der nur so ein kleiner Zwischenminiboss war, fast 20 mal gestorben bin, gut, ich habe ihn dann direkt ohne eine Flask gekillt, es war vielleicht auch nicht mein glücklichster Versuch, aber ich kann zumindest sagen, dass die Gegner allesamt ganz schön krass reinhauen in dem Spiel, also in NG plus, natürlich habe ich starke Waffen und so weiter, mache auch gut Damage, aber schon normale Mobs hier, können einem mit einem Schlag den halben Energiebalken wegnehmen, ich weiß nicht wie es jetzt wäre, wenn es ähm, oh Gott, Jesus Christ, also man kann sehr schnell sterben, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, ich habe eher das Gefühl, es ist ziemlich hart, trotz Level 220, das haben die extra gemacht, dass er da runterfällt, damit ich da in die Todesfalle gehe, okay, wieso lebt denn der immer noch, das ist nicht die beste Waffe hierfür, aber ja, NG plus ist schon auf jeden Fall nicht leicht, ich glaube, das kann man schon nach wenigen Stunden feststellen, feststellen, so, hier war ich doch gestern schon, wo muss ich denn, wo muss ich denn, das ist eine riesen Katakombe übrigens, also, da oben war ich auch schon, da oben, halt, wir sind hier, oh shit, sorry, ha das ist nicht, ich weiß nicht, Ey, irgendwie ist das nicht die richtige Waffe für ihr. Was nehmen wir denn aus unserem reichhaltigen Arsenal an geilen Waffen? Hauen wir mal wieder mit Marika zu, oder? Ich habe so viele Waffen, ich kann mich immer nicht entscheiden, welchen Film ich spielen will. Nein! Jesus! Okay, das können wir besser. Nein! Ah! Da muss man echt sofort. So. Erst hier, dann hier. Dann hier. Dann hier. Das ist jetzt schon ein geiles Level-Design. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Dann hier. Dann hier. Und jetzt hier runter. Grüße nach Tokio, Chris. So, was war denn hier? Ach, hier kam ein Flammenboy rein. Runter mit dir. Der lebt ja immer noch, Alter. Jetzt nicht mehr. Ich spiele übrigens im Offline-Modus, weil ich nicht gespoilt werden wollte von den Markierungen. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich jetzt nicht irgendwo angezeigt bekomme, wo eine kaputte Wand ist. Auf der anderen Seite hat es den Vorteil, dass ich nicht durch Troll-Nachrichten, äh, Illusionary Wall Ahead, genervt werde. Oh, das ist aber hoch. Überlebe ich das? Jump ich da jetzt runter, oder was? Lol. Okay. Achso, jetzt sind wir wieder hier in dem Raum. Ich würde gerne da hinten noch was auschecken. Hier, guck. Vielleicht nämlich auch noch nicht. Geronimo! Broken Room! Oh! Okay, es geht nach unten weiter. Hm. Das ist immer das Problem an diesen Katakomben. Die sind so verwirrend, weil alles gleich aussieht. Wir haben eh Eddie verloren. Wieso? Was ist los? Seid ihr noch da? Nikola, hörst du mich? Alles klar, ich dachte, ich bin weg. Alles gut, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, hier ist der Bossraum. Nee, doch. Hä? Muss man den nicht normalerweise mit nem Schalter... Oh, oh. Es ist ein Boss, Leute. Bossi, Bossi, Bossi. Und wir wissen nicht was sie... Was für ein Bossi. Scheiße, ich hab Angst. Für Bossi gehe ich doch lieber auf Number Save. Denn das ist mir wichtig. Okay, let's do it. I love Death Knight. Oh, shit. Ja, 70 Schläge oder was? Und Beam. Jetzt werde ich aber sauer. Pam, 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 pam. Wie einfach nichts mehr von meinen Angriffen gestagert wird. Was macht ihr jetzt? Was macht ihr? Warum staggern keine Gegner mehr? Ich verstehe das nicht. Ich würde einfach sagen, wir spielen einfach ein bisschen mehr defensiv. Ich habe einfach versucht durchzupushen, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal staggert. Aber das hat nicht geklappt. So viel kann ich schon mal scrollen. Was mich wundert ist, dass der auch am Ende wieder volle Energie hat. Nimmt der mir mit jedem Schlag, füllt der sich damit auch wieder auf oder was ist das? Ich habe trotzdem das Gefühl, dass der absolut durbel ist. Hey, hallo! Das ist jetzt mal abgeben, oder? Jesus Christ! Okay, wir müssen mit Schild arbeiten. Ohohohoho! Falscher Zeitpunkt! Warum? Alter! Sehr gut! Okay! Wow! Aber der ist geil, der gefällt mir. Aber der hat schon ganz schön Aggressionsprobleme, der Dude, ey. Ich habe das Gefühl, diese Minibosse, die haben sie wirklich nochmal neu überdacht. Also die waren ja sonst immer Piece of Cake. Aber jetzt, ich habe keinen Bock mich zu buffen. Ich mache das jetzt auf die gute alte Art. Okay, aber auch nicht. Hier, der zeigt sich null beeindruckt. Von meinen Schlägen. Geil, kein einziger Parry. Kann man den nicht parryen, oder was? Oder bin ich zu schlecht? Ne, buffen ist jetzt erstmal uninteressant. Ich muss erstmal gucken, ob ich den parryen kann. Ich muss erstmal die richtige Taktik finden. Und dann können wir immer noch buffen. Aber meistens braucht man es nicht. Also wenn man erstmal einen Gegner gerafft hat. Wir haben halt den Phantom Slash, haben die halt krass genervt. Dass die absolute Boss Slayer Waffe war. Okay, der geht zu schnell, der Grab. Wie soll man dem entkommen, ey? Oh nein, ist er wieder voller Energie. Guck. Alter, was geht ab? Jetzt ist er wieder voller Energie. Habt ihr es gesehen? Der ist wieder voll. Alles umsonst. Leck mich am Arsch. Okay, den Grab, den darf man auf keinen Fall kassieren. Heu, 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 heu. Das ist ja assi, ey. Volle Energie. Macht einfach mal. Ei, 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 ei. Ey Leute, ich sag euch gleich, wenn ihr wieder modzt, wenn ich auf Geisteraschen zurückgreife, dann könnt ihr mich am Arsch lecken. Das ist nämlich sackschwer. Es nervt mich, dass die meine Lieblingswaffe genervt haben. Ganz ehrlich. Das ist mal so. Ne? Ja. Ich glaub das war der Grab Mann warum machst du keinen Fokus Oh Dreck verdammt Ich hab ihn nicht fokussiert gehabt Den einfach nicht anvisiert Oh das Nerv wenn er den Lock-On verliert Das hasse ich wie die Pest Wirklich Da ist wieder der Lock-On weg Der Lock-On ist wieder weg Warum Was ist das für ein Scheiß Mann Alter Wie schnell der einen grabt Aschen haben immer ein Geschmäckle Ayla deine Mutter hat ein Geschmäckle Bin ich auf den Sack Geh zu irgendeinem der Tryhards zugucken Und nicht bei mir Hab jetzt schon keinen Bock Auf solche Gruppen Ich hab noch nicht mal ne Geister Asche benutzt Was wollt ihr denn überhaupt Ihr beschwert euch schon Dass ich überhaupt nur drüber sprecke Ich hab noch nicht Ja, dieser Grab ist einfach pervers, sorry. Es ist einfach viel zu krass, diese Move. One-Shotted. Den muss man halt ausweichen, aber... Vielleicht zur Seite rollen, nach hinten rollen. Der kommt so schnell, ich kann... Ich hab nicht die... Ich hab nicht die Reflexe. Mann, Alter, wie ich den einfach nicht... Da war er. Jetzt auch noch mit Bodendamage. Jetzt war ein Blitzboden. Habt ihr das gesehen? Fucking hell nochmal. Ich habe already Truly custody. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das war's. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Wieso staggert er nicht? Ist das eine Charge-Attack? Ich bin mir immer nicht sicher. Ist das eine Charge-Attack? Oder nicht? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Wie kriegen wir noch mehr Stagger-Bonus? Ich muss die staggern, dann wär's easy. Ich weiß nicht, wie... Sonst nichts mehr zum mehr stackern. Mit dem Dolch-Talisman? Mit dem Dolch-Talisman? Den hier. Oder den. Raises Attack-Power after each critical hit. Ja, Tränen kann ich grad nicht ändern, aber sie müssten schon die Top... Naja gut, wir können's mal jetzt mit Buffs versuchen. Wir haben's eben ohne große Buffs versucht. Wir schaffen den schon, wir schaffen den schon. Der war ja schon fast down. Das ist doch alles gut bei mir. Das ist doch alles gut bei mir. Das ist doch alles gut bei mir. Schlechter Schrein. Also es gibt im Hauptgame fallen mir, weiß ich nicht, nicht viele Gegner ein, wenn überhaupt welche, die nicht gestagert werden von der Attacke und spätestens dann mit ein, zwei Schlägen danach. Aber der hier macht einfach unbeeindruckt weiter. Schlechter Schrein. Die zwei Blitze am Anfang gefangen. 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 Mann! Ja, boah, da habe ich hier, ich glaube ich habe durch diese verschiedenen... Ihr wollt es nicht hören, aber ich glaube ich habe hier ein bisschen Input. Die Rolle kommt gefühlt eine Sekunde nachdem ich die Taste drücke. Dann hört es sogar. Oh, Backstab! Was? 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 What the fuck? 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 What the fuck?